Was haben wir denn da? 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 Genau. Ich bin immer ausverschoben. Oh, noch mal! Oh, danke. Ich will da gar nicht Autobahn nach Warteslauer. Und Schnellstraße, okay. 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 Und Schnellstraße. Und Schnellstraße. Aufstehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wie haben wir das komisch gemacht ja passt ja schön So, Auftragsangebot. Von Bratislava nach Stova, Salzburg, Presslau. Von Bratislava nach Stova. Schau mal, was die haben. Jetzt setzen wir uns nach Presslau kurz. Wir machen das jetzt mal ganz anders. Wenn wir alles nehmen würden, hätten wir jetzt 263.000. Das heißt, wir könnten jetzt diese Garage aufrüsten. Wir hätten zwei Plätze mehr. Und haben jetzt 150.000. Das heißt, wir müssen sich ausgehen. Okay. 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 Das sind 99.000. Das ist halt… Das ist schon ein 148er Modell. mit 99.000 an den standardmäßigen Mann, der halt nur fahrt und so weiter. Oh, das sieht jetzt dann auch jemand aus. Haufen. 50. Untertitelung des ZDF, 2020 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 nicht aus dem BKW aussteigen theoretisch. Was ja auch logisch ist. Wollte ich das machen? Wollte ich das machen. aber dann echt gut Die Weckermodelle noch mal anschauen. Ich dachte, man kann vielleicht ändern. Die Weckermodelle noch mal anschauen. Die Weckermodelle noch mal anschauen. Die Weckermodelle noch mal anschauen. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ok